Ein Leser oder ein Eicher-Team war das Einzige, das mich drangenommen hat, mich beraten hat und mich genommen hat. Ich war bei so vielen Augenärzten, bei so vielen großen Institute und alle haben mich abgelehnt. Ich war jetzt die Einzigsten und ja, allein wenn ich über das rede, kommen mir schon fast die Tränen, weil ich habe es mir echt, echt mein Leben zurückgegeben. Der Siree ist zu uns gekommen mit ganz komplizierten Augen. Das rechte Auge hat 7 Dioptrien Kurzsichtigkeit gehabt und ungefähr 4,5 Dioptrien Hornartverkrümmung. Das linke Auge circa 14 Dioptrien Kurzsichtigkeit und auch 3,5 Dioptrien Hornartverkrümmung. Das Problem war, normalerweise hätte ich bei dieser Patientin hier eine ICL-Linse beidseits implantiert und wir konnten eigentlich die perfekte Korrektur anstreben, das ist das perfekte Ferne. Nur wir haben auf der rechten Seite eine relativ dünne Hornhaut, also nicht zu dünn, aber wir konnten keinen vollen Seefielhaus korrigieren und wir haben keinen Platz gehabt, um eine ICL einzusetzen, also eine Facke Linse. Und auf der linken Seite, wir haben dort, wo die Kurzsichtigkeit größer war, dort konnte ich eine ICL einsetzen, aber natürlich mit dem Laser konnten wir das rechte Auge nicht völlig auskorrigieren. Und sie wurde bis jetzt, sie war glaube ich bei einigen refraktiven Zentren oder Laserkirurgen und alle haben sie bis jetzt abgelehnt. Und meine Idee war, wenn wir diese Patientin nicht vollkommen korrigieren können, zumindest könnten wir die Augen ausgleichen, damit sie brillenfrei in der Nähe sieht und für die Ferne würde sie eine Fernbrille brauchen. Das war das Beste, was ich machen konnte. Das heißt, wir haben auf der rechten Seite eine Refraktion von minus 3 angestrebt. Das haben wir mit SmartSight durchgeführt und auf der linken Seite haben wir das Auge mit der ICL-Linse an das rechte Auge angeglichen, auch mit Ziel minus 3. Das heißt, hier konnten wir auch diesen großen Seefieler auskorrigieren und dadurch hat die Patientin erstens gleichmäßige Augen und sie funktioniert im Alltag ohne Brille. Zwar, die Ferne ist nicht brillenfrei, aber das war nicht möglich, aber der Alltag für die Patientin hat sich komplett verändert. Das heißt, das ist hier wirklich eine sehr individuelle Lösung und dank dieser individuellen Lösung haben wir eben das Optimum für diese Patientin erreicht. Für mich war das die beste Entscheidung, weil es hat sich alles geändert. Also ich kann ohne Brille lesen, Bücher lesen, ich habe nimmer mehr solche Brillen gelesen, also ich kann mit meinen Kindern spielen, ich kann in Freizeitparks gehen ohne, dass ich eine Brille trage, ich kann ins Meer gehen, Wellen reiten ohne Brille, dass ich auch meine Familie wieder sehe. Ich habe Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, ich habe alles wieder gekriegt mit dieser Operation. Also für mich, da bin ich da.